Willkommen, Bienvenue, Welcome. Nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Wir freuen uns, dass Sie heute unsere Gäste sind. Der Heidepark Express beginnt seine Fahrt durch eine faszinierende Welt. Wir wünschen Ihnen einen aufregenden Tag mit einzigartigen Momenten in Norddeutschlands größtem Erlebnispark, dem Heidepark Soltau. Bitte beachten Sie, dass das Rauchen sowie das Abspringen vom fahrenden Zug strengstens untersagt sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 850.000 Quadratmeter Spaß, Spannung und Abenteuer. Aber auch Erholung, Entspannung und Ruhe erwarten Sie. Lassen Sie sich von wunderschönen Parklandschaften, kulinarischen Köstlichkeiten, spektakulären Fahrgeschäften für alle Altersklassen und unseren einzigartigen Shows ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. In wenigen Augenblicken erreichen wir schon die Haltestelle Delfinarium. Von hier aus sind es nur noch wenige Schritte zu einem der größten und modernsten Delfinarien in ganz Europa. Seit über zehn Jahren leben hier insgesamt sechs Flaschen Nasendelfine. Vielleicht beginnt ja gleich die nächste Show. Wenn Sie hier aussteigen möchten, benutzen Sie bitte die linke Seite. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag im Heidepark Soltau. Au revoir und vielleicht bis später. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Heidepark Express. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Land in Sicht. Auf der rechten Seite sehen Sie die Entstehung der Zeitreise in die raue Seefahrer-Vergangenheit. Und erleben können Sie diese auch schon bald. Denn im Juni 2007 öffnet unser Hotel Port Royal seine Pforten für Sie. Tauchen Sie ein in die Welt der Piraten und Freibäuter. Mit viel Liebe zum Detail erwartet Sie Port Royal mit 170 thematisierten Familienzimmern und großzügigen Suiten. Gleich erreichen wir die Haltestelle Holland. In der wunderschönen Originalkulisse unseres holländischen Stadtteils machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp, bevor die Fahrt in Richtung Hauptbahnhof am Ein- und Ausgang des Heideparks weitergeht. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf unserer letzten Etappe durch den vorderen Bereich des Heideparks, vorbei an nostalgischen Fahrgeschäften und wunderschönen Parklandschaften, nehmen wir wieder Kurs auf in Richtung Hauptbahnhof. Kennen Sie eigentlich schon unser neues Heidepark Holiday Camp? Nein? Dann wird es aber allerhöchste Zeit. Eine von über 80 kunterbunten Hütten im karibischen Stil bietet Ihnen nach einem abenteuerreichen Tag einen erlebnisreichen Aufenthalt und eine bequeme und kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit. Neugierig geworden? Unser Service Center Team informiert Sie gerne. Sie können einfach nicht genug von uns bekommen? Kein Problem, das können wir gut verstehen. Mit unserer besonders günstigen Jahreskarte können Sie den Heidepark so oft erleben und genießen, wie Sie möchten. Wenn Sie älter als 60 Jahre sind, dann haben Sie im Heidepark allen Grund zur Freude. Denn dann können Sie noch heute Ihre Tageseintrittskarte ohne Aufpreis gegen unsere Jahreskarte eintauschen und uns ein ganzes Jahr lang genießen. Mehr Infos über unser Spaß-Abo gibt's im Service Center. Vulner Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020